Hallo und herzlich willkommen zu diesem achten Teil von Far-Changing Tides. So, wir gehen jetzt direkt los. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir sind hier unten unter diesen Wasserfällen an der riesigen Mauer angekommen und haben dieses Konstrukt unter Wasser entdeckt. Und ich sag mal so, das relativ markante Ding ist wohl dieser Haken hier. Deswegen werden wir versuchen, diesen Haken mit unserem... Ist das eine Öse? Ja, ne? Wir werden unseren Haken versuchen, um dieses Konstrukt irgendwie zu bewegen. Weil ich auch keine andere Idee habe. Deswegen, ja, machen wir das einfach mal. So, wir lassen den Haken so ein bisschen runter. Nehmen uns jetzt den Haken... Oh, das war schon sehr weit unten. Hallo, entschuldigen Sie, du bist sehr weit unten. Ähm, hallo? Achso, ich hab hier nicht gestoppt. Ja, das ist jetzt blöd. Oh, hier ist das Zeug. Ja, gut, okay. Ähm, dann nehmen wir den mal mit. Das Kabel ist ja Gott sei Dank, oder diese Schnur ist ja Gott sei Dank relativ lang. Ja, gut. Ah, ey, diese Maßstäbe hier immer, die sind auch irgendwie immer schwierig, oder? Okay, so, zack. Es ist irgendwie dran montiert. Und jetzt gucke ich mal, dass ich schnell dieses Teil wieder stoppe, weil sonst läuft das ja ewig weiter. Ah, ne, jetzt hat's aufgehört. Okay. Also, wir ziehen das mal hoch. Und wir ziehen. Und wir ziehen. Und wir ziehen. Zwei, eins. Und flupp. So. Jetzt bauen wir Spannung auf. Und wir ziehen einfach nur diesen Ring davon scheinbar ab. Okay, dann war das wohl irgendwie richtig. Die große Frage ist, was jetzt passiert? Ah. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert. Die Musik sagt, es passiert irgendwas. Aber ich sehe leider nicht, was passiert. Das finde ich sehr schade jetzt gerade irgendwie. Ist das jetzt einfach nur... Okay, meine Vermutung ist, wir müssen mit dem Schiff da rein. Und ganz ehrlich, dann machen wir das auch. Also, wir haben halt keine andere Idee. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach da rein. So, ich packe mal so ein bisschen von dem Zeug noch nach vorne. Damit wir das auch von oben benutzen können und verfeuern können. Meine Idee... Hallo, bitteschön. Eine Idee, die ich hätte, was passieren könnte, übrigens ist... Das sind ja so Bänder, die dieses Gerüst halten. Das hat ja irgendwie was von dem Gerüst. Und hier oben... Hier ganz oben... sieht man ja, dass das irgendwie eine Art von... Weiß nicht, Heißluftballon sein könnte. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass wir jetzt einfach damit nach oben gehen und vielleicht nicht mehr ein U-Boot sind, sondern vielleicht ein Luftschiff. Das fände ich eigentlich ganz witzig. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus. Dann machen wir dann Feuer da an. Aktuell gehen wir nicht nach oben oder nach unten oder sowas, sondern das Ding wartet auf meine Eingabe. Okay, wir gehen ein bisschen raus mit der Kamera. Und gehen ein klein wenig nach... Unten... Auch nicht zu schnell. Irgendwie so. Wir gehen jetzt auch ganz leicht nach vorne. So, das war's. Okay. Und jetzt gehen wir nach vorne. Na? Ja, komm, ich trug da rein. So, jetzt hat er uns da auf jeden Fall irgendwie automatisch reingezwungen. Oh, was bist du denn jetzt? Jetzt haben wir da oben unseren Haken dran gehabt. Oh, guck mal. Das heißt, der Haken, den wir gerade abgezogen haben, der ist jetzt über uns. Und jetzt? Was mach ich denn jetzt? Kann ich jetzt... Nee. Das hier bringt nichts. Vielleicht muss ich jetzt zurück. Nee, muss ich auch nicht. Ja, toll. Jetzt hängen wir da dran. Das hilft irgendwie nicht, oder? Äh... Ach, jetzt muss ich da oben hin, oder was? Was muss ich jetzt genau tun? Muss ich jetzt irgendwie hier... Nee. Wenn ich hier unten in dem Schiff bin... Dann sagt er mir, guck mal da oben. Weißt du was? Das heißt wahrscheinlich, ich soll hier einfach springen. Tatsache, der Ballon wird aufgepustet. Hätte ich genau geschaut, würde ich auch sehen, dass diese beiden Dinger hier... Ich geh mal näher ran. Da oben, diese beiden Stöpsel... Dass das scheinbar, die Dinger sind bei mir am Auspuff. Und deswegen pustet sich jetzt dieser Ballon auf. Äh... Oder auch nicht. Sagt bloß, der ist kaputt. Ja, der ist kaputt, aber ich sehe hier nichts mehr. Können wir doch mal bitte ein bisschen näher dran? Ja, der ist kaputt. Deswegen ging das nicht. Okay. Dann machen wir mal weiter. Und der Ballon wird gefüllt. Deswegen werden wir wahrscheinlich gleich steigen. Ja, okay. Der gesamte Apparat ist jetzt abgeschaltet scheinbar. Wir sind abgetrennt von unserem Motor und steigen jetzt auf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erwartungsgemäß gleich am Wasserfall entlang fliegen. Ja, Tatsache. Ach komm, das ist schon schön, oder? Die Idee ist schon echt gut. Wahrscheinlich werden wir gleich oben am Wasserfall nach rechts fliegen, um dort wieder abgesetzt zu werden. Und dann müssen wir Gas geben, dass wir dann noch weiterkommen, oder nicht? Oder fliegen wir einfach jetzt in den Himmel? Ja, nach rechts. Ganz genau. Nichts ist für uns ein Hindernis. Nicht mal diese... diese wasserfallartigen Wasserfälle. Okay, dann ist das nicht wunderschön. Wir haben aber noch diesen Haken da oben am Schiff. Also da oben rechts, direkt unter den Segeln. Meine Vermutung ist, das Ding wird nochmal eine Rolle spielen. Ja, dann... Also... Ah! Nee, doch, oder? Kann ich mich da jetzt bewegen? Ja, ich kann mich bewegen, tatsächlich. Okay. Die große Frage ist jetzt aber, was mache ich jetzt hier? Also bewegen wir uns jetzt einfach für ewig jetzt nach rechts weiter. Einfach, und das war's. Guck mal, der Blasebalg. Scheint kaputt zu sein. Weil wir leer sind. Ich glaube, weil wir leer sind. Okay, wir können auf jeden Fall noch was tun. Wir können immer noch heizen, scheinbar. So, wir sehen mittlerweile unter uns eine Art von Stein-Konstrukt. Berg, könnte man sagen. Also so ein bisschen verändert sich die Landschaft ja dann doch noch. Okay, wir landen. Gut, das ist also der Lande... die Landezone. Kann ich also gerade nichts wegen tun. Alles ist abgeschaltet. Das heißt, wir landen jetzt hier in diesem Gewässer. Und aus Versehen wahrscheinlich wird das alles plötzlich abgesteckt sein. Ja, genau. Flup, flup, flup. Und es macht einmal Platsch. Ah, ja. Tada! Okay. So, da sind wir tatsächlich angekommen jetzt, ja? Entschuldigen, können Sie mal bitte die Kamera? Dankeschön. Okay, unten haben wir gerade keine Rohstoffe. Haben wir Wind? Weil dann würde ich sagen, das, was wir am besten können, machen wir jetzt nämlich auch wieder. Und zwar Segel aufklappen und nach rechts fahren. Guck mal, hier sind Pflanzen. Das ist neu. Okay, wir haben jetzt also eine Flora hier. Die Frage ist, ob das jetzt noch mehr wird. Weil wir haben ja am Anfang des Spiels auch so ein paar Hirsche oder sowas gesehen. Also die Fauna ist auch da. Gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Weil wirklich hier Pflanzen... Ich meine, wir haben Bäume gesehen. Okay. Aber wirklich hier Pflanzen und sowas haben wir eigentlich nicht gesehen, ne? Wir haben Fische gesehen. Wir haben Hirsche gesehen. Aber sonst von der Natur nicht so viel. Ich suche mal ein bisschen raus. Guck mal hier unten. Nö, keine Rohstoffe. Auch da nicht, ne? Ja, wir haben Pflanzen. Es ist immer wieder, finde ich, es ist immer wieder begeisternd, wie viel die aus so kleinen Ideen rausholen. Wir haben angefangen mit so einem bruchfälligen Irgendwas-Boot. Haben das repariert. Das ist dann auseinandergefallen. Da haben wir dann ein Hausboot dran gepackt. Jetzt haben wir plötzlich einen Boost, einen Motor. Wir haben Segel. Wir können tauchen. Sind einmal geflogen. Waren eingefroren. Ne, die ganzen Dinge. Ich finde das irgendwie eine schöne Sache. Wie viel man aus einem Konzept dann doch noch rausholen kann. So kannst du mal ein bisschen mehr Gas geben, bitte wieder. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich irgendwo angekommen bin. Und damit sind wir angekommen. Ich ziehe mal gerade eben kurz die Segel nach hinten. Damit denen nichts passiert. Und klappe das ganze Ding auch gleich mit ein. Die Musik wirkt so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie sie wirkt. Aber, ja, schauen wir mal. Was uns jetzt hier in diesem Türmchen erwartet. Also wir haben überall diese Boxen im Wasser auf jeden Fall. Die jetzt hier auch schwimmen. Was haben wir da? Einfach Zeug. Okay, ich gehe mal vorher nochmal nach oben. Schau, was wir hier haben. Wir haben hier wieder so eine Art von Motor. Wir haben hier einen Schalter. In dem wir scheinbar irgendetwas drauf tun müssen. Das war einfach keine Grammatik. Wir haben im Hintergrund wieder dieses Bild von einem Heißluftballon. Und links einen Vogel. Hallo Vogel. Tschüss Vogel. Okay, das heißt, diese Kiste muss da unten rein. Ja, verstehe ich. So, jetzt gehen wir vorher nochmal nach oben. Und haben hier eine Art von Leuchtturm. Zu dem ich noch nicht reinkomme. Das heißt, wir müssen dieses kleine Päckchen da unten reinpacken. Zack. Und so, das legen wir jetzt hier hin. Ah. Und drücken den Knopf. Und dadurch haben wir jetzt hier Energie. Okay, es ist halb voll. Ja gut, was müssen wir wohl tun? So, damit können wir jetzt wohl den Rest noch verfeuern. Ah. Irgendwie so. Und hoch damit. Und schon direkt nach oben natürlich, weil dieses Ding scheinbar voll ist. Das heißt, ich drücke jetzt hier auf den Knopf und vermute, dass dann das untere Element nach oben gezogen wird. Tatsache. Aber ach, nur das hell, nur das leuchtende Ding. Und damit öffnet sich die Tür zu diesem Leuchtturm. Ich vermute mal, dass es ein Leuchtturm ist, oder? Okay. Wir haben drei lustige Wetterballons. Die jetzt nach oben gehen. Wir haben einige Lupen da irgendwie dran montiert. Da hinten haben wir ein Lagerfeuer. Oder sowas ähnliches. Wir haben das erste Mal eine... Rundumsicht, 360 Grad. Das heißt, wir haben hinten wieder einen Knopf damit entdeckt. Oh, sagt bitte nicht, dass wir jetzt um 180 Grad gedreht haben und dass wir da zurückfahren müssen. Das wäre schwierig. Tatsache, ich kann hier runter. Okay, dann drücken wir den Knopf. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Da kommt eine Leiter. Unser Schiffchen fährt jetzt mittlerweile da unten durch. Okay. Das hat eben noch nicht gepasst. Wir fallen eine Etage tiefer. Ja, gut. Okay. Was tun wir jetzt hier? Ich gehe mal vorne raus. Anderes können wir sowieso gar nicht tun. Das heißt, wir fahren jetzt... Oh, sagt bitte nicht, wir fahren jetzt wieder zurück. Das wäre ja furchtbar. Ich springe mal jetzt ein bisschen noch hier runter. Sodass wir noch ins Wasser fallen, weil sonst brechen wir uns ja die Füße. Das irritiert mich jetzt. Das ist jetzt alles falsch rum. Aber gut. Was auch immer das Spiel von uns will. Wir tun das natürlich. Jetzt sehen wir das alles von der anderen Perspektive nochmal. Okay. Die Segel kann ich aufklappen jetzt, oder? Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Das ist aber unangenehm. Aber egal. Los geht's. Wir haben jetzt in der Ferne eben, bei dieser Rundumfahrt, haben wir einmal etwas Ähnliches gesehen wie ein Lagerfeuer. Und ich fände das irgendwie schön, wenn wir da hinfahren würden. Und wir sind auch nicht mehr so ganz... Die Kamera geht so ein bisschen in die Kurve jetzt tatsächlich rein. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist gerade ein wichtiger Moment. Da steht jemand. Da wartet jemand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Trophäe von Steam, die ich gerade bekommen habe, heißt Ankunft. Oh mein Gott. Ist das gut. Lass es bitte jetzt einfach zu Ende sein. Das wäre eines der schönsten Enden überhaupt. Ganz ehrlich. Sieht so aus, ja. Als wäre es das Ende. Das wäre es das Ende. Es sieht so ein bisschen aus, als hätten wir uns mit dieser anderen Person in der Mitte getroffen. Auch irgendwie eine schöne Vorstellung. Ja, meine lieben Zuschauer. Das war Far Changing Tides. Wir sind tatsächlich einmal von Anfang bis Ende durchgeschwommen. Durch gefahren, sagt man ja bei dem Schief. Danke fürs Spiel. Ja gut, die klieben gerne sogar tatsächlich. Auch guck mal die Bilder im Hintergrund. Ich glaube, das können wir uns noch ein bisschen gönnen, sollte es jetzt eine Diashow geben. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast bis zum Ende. Schreibst du gerne mal eine Kommentar, eine Bewertung da, wie du das Spiel so im Großen und Ganzen so fandest, nachdem du jetzt vielleicht auch alle Videos noch mal geschaut hast. Ich weiß es nicht so genau. Guck mal die beiden. Guck mal, wie sie da stehen. Ist es nicht wunderschön? Bei so einem Spiel ist die Story am Ende dann auch nicht mehr so wichtig. Man sieht die Story im Endeffekt jetzt hier einfach in diesen drei, vier Bildern und das reicht vollkommen aus. Ja, mit diesen letzten Worten beende ich das Video nun. Vielen Dank, dass du dabei warst. Auf Wiedersehen und Tschüss.